so ich bin noch in karlsburger ist es immer noch der kanal ihrer inneren outside the box und die netten bauarbeiter die sie vorhin kennengelernt haben die machen hoffentlich noch mal ein bisschen pause ich habe nämlich eine ganz ganz spannende frau beim spazierengehen kennengelernt die eigentlich in der aktuell ähnlichen phase ist wie ich sie hat mich im vw bus gekauft dazu noch neun wahnsinn an achtung und will on tour gehen sie behält ihre eigene hütte aber auch bei dir diese antrieb doch ich will das mal wagen um in norddeutschland erzähl mal was hat dich was hat dich motiviert so einen fänden schritt zu gehen so eine schöne neue also inwiefern ich es nutze werde ich feststellen wenn ich es tue angefangen hat das ganze eigentlich schon eben vor drei jahren als ich überhaupt hier vom südwesten nach oben an die ostsee gezogen bin einfach alles hinter mir zu lassen die ganze familie freunde und darum ganz neu ganz alleine mit hund neu anzufangen dieser prozess der fing da schon an und der heißt eigentlich freiheit also wenn ich eine überschrift geben müsste dann heißt es freiheit weil das einfach das ist was mein leben ausmacht oder was mich ausmacht weil ich versuche dem nachzugehen was aus mir heraus kommt und aus mir heraus will dem nachzuspüren und das dann ins leben zu transferieren oder zu leben eigentlich mit den einfachen worten zu sagen der freiheit sehen wir uns ja alle und dennoch finde ich es echt ein wagnis so eine kiste sich anzuschaffen da habe ich ja noch meine kleine hütte habe also meine kleine wohnung da oben ist es eigentlich für mich ist gar nicht schwierig es war der prozess oder dahin ging einfach oder eher darum meinen geliebten mini loszulassen weil zwei autos ist dann doch ein bisschen viel und es war dann deshalb ein neuer vw bus weil ich mir erstens das gerade leisten kann weil ich eine versicherung herauskriege die den betrag nicht ganz deckt aber doch zumindest zu zwei dritteln und ja und weil ich auch so davon ausgehe dass ich das vielleicht auch mein letztes auto ist also wenn alles so läuft wie ich mir das vorstelle und ich mit dem auto wohlfühle mit dem vw bus dann ist mein letztes auto und dann sollte er noch 20 jahre halten und deswegen ist es dann doch ein neuer und sollte es nicht so sein sollte mir das dann was weiß ich in zwei drei jahren feststellen das war doch nicht das ganze dann kann ich ihn wieder verkaufen ich denke damit mache ich auch keine das ist der wofi von mir aber du hast das ja ich finde es gerade bei dir so spannend jetzt bist du in der perspektive okay ich mag es mal ich setze mich nicht unter druck dass es erfolgreich sein aber du hast ja schon mal mit 43 oder so glaube ich ne achtung der wofi schnuppert am stativ das wackelt war so ein wahnsinns schritt gewagt und das finde ich jetzt auch mal spannend was hat dich damals motiviert und wie siehst du es aus zum hintergrund ja also ich war 20 jahre vorstandsassistentin sicherer job und alles und wie immer diese live events im leben die da passieren haben dann dazu geführt mich selbst zu hinterfragen und da schon gemerkt dass ich eigentlich wieder zu der zurück möchte die ich bin und habe dann die ausbildung zum heilpraktiken für psychotherapie gemacht und habe dann 20 jahre auch auf dem beruf gearbeitet was sehr gut für mich war weil es ist auch schon immer in mir geschlummerte also auch in meinem folgenden job menschen für menschen da zu sein menschen zu unterstützen manchmal auch immer so die sein die alles besser weiß und hat es ist ja manchmal auch so was aber das ist so diesen aspekt habe ich jetzt komplett losgelassen weil ich möchte eigentlich gar niemanden mehr sagen was er zu tun hat weil jeder das aus seinem inneren selbst spüren muss und das ist vielleicht das einzige was ich noch beitrage ist wenn jemand noch von mir eine beratung wünscht dann einfach nur in die richtung zu dir selbst immer wieder und du warst im grafikerbereich das ist so ein komplett anderes leben so ein komplett anderes leben und dann da zu sagen ich lege wirklich 20 jahre so einen sicheren job ab im nachhinein was würdest du sagen voller gewinn jetzt von der skala von 1 bis 10 ja 10 volle 10 ja volle punktzahl klar was hat denn deine umgebung dazu gesagt weil die fanden ist natürlich alle nicht so besonders ist ja klar jeder die menschen die sind einfach sicherheitsbedürftig das ist einfach das was den menschen inne wohnt auch und was sich aber auch natürlich bremst in seinem ausleben seiner selbst nicht aber das weißt du ja selber in deinem beruf die bremse ist immer die sicherheit die man da will und dass man schon wissen möchte was kommt und so das ist das was uns davon abhält uns selber zu leben und ja warum ich das du hast gefragt warum ich das dann gemacht was die umgebung auch genau die umgebung ist natürlich nicht so genau aus dem sicherheit einen tollen job du hast verdienst viel geld du hast eine tolle wohnung und wieso willst alles aufgeben aber ist ja klar wie ich gerade sagte das ist so was man anführungszeichen so macht und ich habe als kind schon ziemlich opponiert gegen das was man macht und gefragt wer ist denn man ja genau und man ist irgendeine gesellschaft sprich eine gruppe von menschen die meint sie hat recht und es gibt es einfach nicht es gibt kein recht so also für mich ist es auf jeden fall sehr gut so gewesen und es war schon der erste schritt in die freiheit der erste schritt wieder zurück zu mir selbst also zu mir bei mir wieder sein und ja und das finde ich einen coolen abschluss weil die ledig sie zu mir kommen kommen häufig mit burnout problemen oder der sache der frage den beruf ein bisschen umzustellen oder nach drei kindern mal wieder anzufangen zu arbeiten und es ist jedes mal so ein aus den konventionen gestresste entscheidung also ich muss wieder geld verdienen wegen im haus oder ich will jetzt mal eine höhere gehaltsstufe genau es kommt ganz häufig diese entscheidungsbruch von außen und das fand ich jetzt spannend sie einfach auch mal dir euch vorzustellen dieses schau an die ganze umgebung hat gesagt nee bist du verrückt ist das bekloppt und sie gibt der entscheidung eine 10 hinsichtlich gelungen nicht ja auch an die ostsee hoch die drei jahre ob ich da oben bleiben werde da habe ich keine ahnung weil ich habe keinen zukunftsplan gar nichts ich lebe eben jetzt wie man so schön heute modern sagt aber das ist einfach die gegenwart und was kommt interessiert mich nicht ich werde es sehen dann wenn es da ist jeden tag und das war eben auch normalen weg das war ja noch schlimmer für alle für die familie weg zu gehen einfach da alles da zu lassen komplett hier zu lassen ganz alleine mit hund abzuhauen und mal was ganz anderes zu leben auch das ist natürlich eine 10 ob ich dort bleibe weiß ich nicht das werde ich dann sehen was mit dem vw bus passiert wo mich hin führt unter anderem also mein ergebnis von dem was ich gerade zu wagen ist für mich war it wirklich das vor dem ich am meisten schiss hatte weil ich einfach null ahnung hatte und eben diesen ehemann mit voll ahnung und dennoch der weg sich da rein zu wagen hat mir wieder vertrauen zu mir selbst gegeben und hat mir auch spaß gegeben beim stolpern dieses boah ich lerne so ich krieg's nicht hin ich lerne wie das ist wie dieses gefühl wie früher fahrrad fahren und wenn du dich auch danach sehnst einfach ist das auch noch so ein kleiner wenn du dich auch danach sehnst einfach mal wieder so ein fahrradfallgefühl also dieses gefühl von ich darf stolpern ich darf hinfallen ich darf sogar noch mal stützrede haben trau dir doch auch noch mal was im leben zu ne also frag doch mal fünf tage urlaub alleine oder sowas fang mal an in diesem ich muss nicht perfekt sein es muss auch nicht den freunden imponieren aber ich finde dabei wieder was über mich raus und da muss ich ganz kurz einschieben der satz wer nicht wagt der nicht gewinnt der ist einfach das stimmt einfach es ist so und was mein gefühl ist dass mut belohnt wird das ist mein mein erkenntnis aus dem leben bisher das mut belohnt wird also das so empfinde ich zumindest ja kann man riskiert ja man kann auch manchmal sagen also das leben belohnt ist dennoch bin ich nachher reicher sogar wenn es die falsche entscheidung war achtung die kleine hofstraße dann bin ich dennoch nachher reicher also genau erlaubt dem leben dich zu belohnen genau so hört sich doch schön an ja tschüss tschüss